Hallo, 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 hier ist Tag 384 und heute wird wieder gejoggt. Noch 10 Sekunden bis zur Sendung. 5, 4, 3, 2, 1... Erkennungsmusik. Irgendwann später. So, jetzt war ich 45 Minuten on the road, da oben, wo ist es, nee, daneben, da, das ist meine Eingangstür und die Terrasse ist auf die andere Richtung, in die andere Richtung, aber ich kann nicht mehr reden. 3, 4 Stunden gelaufen, war alles cool, jetzt gucken wir mal, was der Tag noch so bereithält für mich. Ich habe nun spontan entschieden, ins Bergdorf Motowun zu fahren. Motowun soll ganz schön sein und das gucke ich mir jetzt an. So, jetzt auf einmal. So, jetzt habe ich mich noch nie an. So, jetzt geht's mir in einem custom mixtend, aber ich bin aus Antalya. So, jetzt war ich es mir, wenn ich in dieser Stelle bräuchte, wo es mir nicht So, jetzt dauert, wo es ein ganzes Lager im slimebeginio ist. So, jetzt ist es ganz gut, weil wir in der Sitzende abgehen, aber nicht, wenn wir in der Sitzende mit menschen, wenn wir in der Sitzende mit dir nehmen, wenn wir dann nicht kurz neufig sind, das viele lange, da unten, da unten ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eben war ich noch in Motowun. Jetzt bin ich schon im Kletterpark. Ich guck mir den Käse mal an. Ich hab hier Pro Expert und sowas gebucht. Ich mach da jetzt hoch, pass auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Puh, ganz schön anstrengend hier oben. Macht aber nichts. Da muss ich jetzt durch, weil hier, ich bin ja gesichert und ich kann mittendrin nicht aufhören. Jetzt hab ich voll das geile Restaurant in Umark gefunden, La Capanina. Da geh ich jetzt hin und guck mal, ob die was können. Das war nun mein Tag 384. Ist viel passiert, war viel unterwegs. Jetzt ist gut. Morgen geht's weiter. Das war nun mein Tag 384. Ist viel passiert, war viel unterwegs. Jetzt bin ich schon im Kletterpark.